Von 2020... Das ist meine Handys tut mir leid... Ich muss jetzt meine Mutter, kann ich ganz kurz ran? Ich muss jetzt einfach ganz kurz ran, es tut mir wirklich leid. Maiko, stehe. Nein, ich bin nervös, ich nehme viel Zeit, ich muss nicht, ich muss mich noch ein Interview machen. Stehe. Ich kann nicht auf den Weekend kommen. Ich muss noch mal, dass ich nachspaufe und du rutschst, Maiko. Ich muss, dass ich nachspaufe. Nein, 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 nein. Sabine, ich heiße mich, nein, 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 nein. Sabine, hallo. Nein, 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 ich bin grad in München, aber kann ich dir jetzt später anrufen? Wie meinst du jetzt das? Was, io bin schwanger. Und bald ist's. Oh mein Gott, er hat jo gratuliert. Kann ich dir trotzdem jetzt später anrufen, du bist erreichbar. Ja, okay, dann bis später. Danke. Tschüss. Maiko, so haben Sie Kassner, was Sie? Liebe, ciao. Da ist ein Testergebnis, das ist unerwartet. Geht es dem Kind gut oder nicht? Es tut mir leid. Aber alles weist auf Trisomie 21 hin, der uns Syndrom. Es heißt, wir kriegen ein behindertes Kind. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Eine Schwangerschaftsunterbrechung ist bei dieser Diagnose eine ganz übliche Sache. Untertitelung des ZDF, 2020